Willkommen auf einem erneuten vlog. Freunde, heute fahren wir nach Köln. Für uns geht es zuerst mal auf ein Konzert. Highlight heute ist, wir sind auf der Gästeliste. Wir sind auf dem Weg. In zwei Stunden, drei Stunden ungefähr beginnt das Konzert. Ich bin nicht aufgeregt, aber ich bin so, wie soll ich das sagen, gehypt. Das erste Mal ein Konzert. Ich weiß nicht was auf dem Zug kommt. Ich hab Bock. Ich hab Bock, aber ich hab Bock. Also ich hoffe es wird krass, ja. Ich bin auch mies. Wir sind grad mies gehypt. Dieser Vlog wird seinem Namen alle Ehre machen. Es wird crazy. Bleib dran. Ich hasse es nach Köln zu fahren. Immer dasselbe. Immer voll. Und ich hasse Winter. Es wird immer so schnell dunkel, Digga. Ja, wir haben 67. Wir haben 25 Kilometer vor uns. Das Konzert hat nicht mehr angefangen und ich bin schon müde. Wir sind da. Leute, wir sind da und ey, grad die Stange war mies lang. Wir laufen an den vorbei. Und jetzt ist noch 45 Minuten bis Einlass. Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Palladium. Kontakt NRW ist hier, Alter. Sag nur Hallo. 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 Das ist der Bruder, der weiß nicht, wo VIP ein Gang ist, aber egal. Uli Intrig. Uli Intrig. Uli Intrig. Uli Intrig. Hier sind ein paar Leute, wie ihr seht. Guck, guck, guck. Wie lange noch? Guck, guck, was hier abgeht. Wo? Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Stimmt das? Oder vielleicht nur das hier aus? Die soll aufhören damit mich zu filmen, ich zeig die Arten. Uli ist hier. Uli ist hier. Uli ist hier. Uli. er so jaja sie einfach aufgelesen auf der gästeliste kommt ihr mal bitte vor dann wir stehen auf der gästeliste jantai heißt er nicht vom haus von esel auf jeden fall so sieht es hier aus freunde wir sind jetzt erst reingekommen aha was geht ab das ist der beste mal hier so freunde wir haben unsere vip-wäldchen bekommen danke jetzt machen wir mit den jungs noch ein zwei bilder und dann sehen wir uns gleich auf jeden fall die stimmung hier wird immer heißer es wird es wird katastrophen auf jeden fall wir gehen jetzt richtung vip wir nehmen euch mit die besten jungs hier ohne spaß freunde gibt euch mal noch anderthalb stunden eine stunde 30 minuten dann kommt er selbst damit ab auf jeden Fall ich warte gerade noch darauf dass der auskommt Jani 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 Mero Mero Du bist im falschen Film Achso jani Geh mal rum! Oh, Ja-Ja! Was heißt mit der Papi Roller? Jo! Was geht ab, Leute! Köln, ich liebe Köln! Freunde, was geht? Ja? Auf jeden Fall stabile Stimmung. Stimmung ist stabil, oder? Schönen mal! Lass dich jetzt! Wir kennen gerade die Toxie! Wow! Nichts so unruhend, aber gerade bei jeder Abschied, wie ihr auch kennt. Was ist das denn? 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 Schönen will ich dich? Was ist das denn? cym! Oh Oh Faya Faya Ah Burak takmas da tu Takmas da tu Ben de yasak Hep beraber kül Yasa Fyrka 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 Wás Leute wir sind jetzt unten Wir glaub Was Jetzt kanns kommen Ey Das kommt auf jeden Fall rein Was ist denn los da Keine Ahnung Die wollten nicht Die Olá Ey Leute Ihr müsst das Posten Mr.� Nein alem, mit ihr Шarl Es gibt immer noch Pause hier. Das war's für heute. Das ist wirklich schön. Hey, hey, hey! Hey! Das war's, das war's, war's! Das Zag, ich sehe dir, lolo. Geroe Das Konzept ist jetzt zu Ende. Wir fahren jetzt nach Hause. Die Stimmung, alles war super. Wir hatten sehr viel Spaß. XS Bros. Ich wusste, dass ihr Stars seid. Ich wusste, ich hab auf YouTube oder TikTok getippt. Beides. Ja. Es ist vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sind kaputt. Es hat mies geborgt. Gebt dem Video ein Like nach oben. Einen Daumen nach oben. Einen Follow. Abonniert den Kanal, bitte. Und wir sehen uns. Lauf nicht gegen Halststein, Schilder. So wie Alper. Hadi, görüşürüz. Ciao.